Das ist ein Vollkontakt-Sport und der Einsatz von den Spielern fasziniert mich einfach. Ich komme hier so gerne her, weil hier eine tolle Stimmung ist, weil ich finde, American Football, die Fans sind einfach lustig drauf, immer gut drauf, man hat viel Spaß, ja. Mich interessiert Football schon seit langen Jahren und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir mal an, weil da sehr viele Leute sind und weil ich mir damit sehr viele Leute feiern kann, eben den Superbowl. Ich bin zum ersten Mal da, ich kenne mich ein bisschen mit dem Football aus, aber nicht wirklich gut. So bin ich auf die Leute hier angewiesen, die sich wirklich gut auskennen. Ich habe mir für morgen freigenommen, ja. Ich habe mir freigenommen extra für den Superbowl, weil ich glaube, ich würde es nicht schaffen, so früh aufzustehen nach dem Superbowl. Ich bin spätestens um 9 Uhr im Büro. Ich habe mir extra freigenommen morgen für den Superbowl, damit ich heute noch lang in die Nacht rein feiern kann. Ich bin mehr American Football Fan als österreichischer Fußball Fan auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum es zusammenpasst, aber ich finde es ist viel lustiger und viel offener und freundlicher. Ich glaube, wenn man Football Fan ist, spielt die Nation keine große Rolle, also man kann überall Football Fan sein. Solange man sich für den Sport interessiert und fasziniert ist davon, glaube ich ist Football eine super Sache. Ich finde, dass das immer mehr kommt jetzt in Österreich, auch American Football und man sieht auch, wie viele Leute das jetzt interessiert und ich glaube, das passt sehr gut zusammen in Österreich und American Football. Tschüss!